Mein Name ist Alexander Sommerfeld und ich stelle heute ein Buch vor, das mir und meinen drei Kindern besonders gut gefallen hat. Es ist Gottes einzigartige Geschichte, eine Kinderbilderbibel, aus der man wunderbar abends den Kindern auch etwas vorlesen kann, um ihnen das Wort Gottes etwas näher zu bringen. Heute lese ich aus dem Kapitel David und Goliath vor. Während dieser Zeit herrschten die Philister über Gottes Volk. Eine der Philister war so groß und stark, dass keiner aus Gottes Volk wagte, gegen ihn zu kämpfen. Goliath war ein Riese, er war ungefähr drei Meter groß. Goliath hasste Gottes Volk. Alle Männer Israels fürchteten ihn, alle außer einem. David kam aus der kleinen Stadt Bethlehem. Davids Glauben an Gottes Versprechen war groß. Davids Vertrauen an Gottes Wort war stark. Daher entschied sich David dazu, gegen Goliath zu kämpfen. Er nahm seine Schleuder und ein paar Steine und lief zu dem Riesen, um ihn anzugreifen. Weißt du, was als nächstes passierte? Gott hielt sein Versprechen, sein Volk zu retten. Der erste Stein, den David mit seiner Schleuder warf, traf Goliath genau zwischen die Augen. David tötete Goliath und rettete Israel von den Philistern, die sich auch riesig darüber gefreut haben. Und was ganz besonders ist, wer diese Kinderbibel bestellt, erhält vollkommen gratis das E-Book kostenfrei dazu, damit sich die Kinder auch im Auto, auf dem Weg zum Urlaub, im Flugzeug gerne nochmal die Illustrationen anschauen können oder wenn man das dicke Buch nicht mittragen möchte, kann man auch ganz einfach das auf ein digitales Endgerät laden. und wer dann! Ab peut yゃig vom Herrn dauer! Ne, aner. Ja, ljuven. Fuel gegeben? Vielen Dank.